Start-ups sind die Unternehmen der Zukunft. Wir wollen mit dem Award den jungen Unternehmerinnen und Unternehmern mit auf den Weg geben, dass sie sich als Teil der Gesellschaft verstehen sollten und ihre Entscheidungen immer auch in dem Kontext sehen, ob sie für die Gesellschaft wertvoll sind. Wenn andere sich freuen, dann ist es für mich selbst eine größere Freude, als wenn ich mich nur selbst freue. Insofern ist es wichtig, dass man andere mitnimmt, um erfolgreich zu sein und nicht etwas nur für sich selbst zu tun. Alleine für sich selbst etwas zu tun, macht keinen Sinn. In den letzten Jahren sehen wir in der Forschung immer deutlicher, dass Unternehmen regelmäßig ihren Beitrag zum Gemeinwohl, ihren Public Value unterschätzen. Dies gilt auch für Start-ups. Egal, ob sie nur von der wirtschaftlichen Seite starten oder mit einem gesellschaftlichen Anliegen beginnen. Immer mehr rückt der Beitrag zum Gemeinwohl in den Mittelpunkt der Betrachtung. Solch ein Public Value hat fünf Dimensionen. Wirtschaftlichkeit, Aufgabenerfüllung, Anstand, Lebensqualität und Zusammenhalt. Darüber hinaus bietet der Award euch die Möglichkeit eines Perspektivenwechsels, indem ihr die Perspektive des Unternehmers einmal verlasst und eure Geschäftsidee aus der Sicht der Gesellschaft betrachtet. So könnt ihr herausfinden, in welchen Bereichen eure Geschäftsidee einen ganz besonders großen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet und in welchen Bereichen eher noch nicht. Mit dem EY Public Value Award für Start-ups rückt ihr eure Start-ups in das gesellschaftliche Rampenlicht. Ihr habt die Möglichkeit, euer Netzwerk durch internationale Partner und Investoren zu erweitern. Den Sieger des diesjährigen Awards schicken wir uns Silicon Valley, wo ihr das Who is Who der amerikanischen Investoren-Szene kennenlernen könnt. 11.000 4.000 9.000 Modell